Ich habe gerade Solo gegen Squad gespielt und bin zweiter geworden. Mit acht Kills. Bist du bei, warte, bist du auf Asien, Robin, Server? Nee, wie geht das? Auf Einstellungen musst du gehen. Ja, warte. Ich gehe, ja, bin ich. Dann runter auf Spielersuche-Sektion bei Spiel. Ja. Und dann einfach in Asien. Ozean, Brasilien, Asien, da und dann? Ja, dann einfach auf Dreieck. Ja. Und dann auf Kreis. Ja, und dann zieht es jetzt runter, ne? Ja, drei, zwei, ein, drück. Habe ich. Es kann sein, dass ich etwas zu früh gedrückt habe. Warte, Schlange. Verbundene Spieler, 76? Bei dir auch? Ja. 164. 174. 174. 174. 174. 174. 174. Weiß ich nicht. Ich kippe. Ich kippe. Ja. 9, 8, 7, bei dir auch? 6? Ja, ja. 97 nur noch? Ja, gut, Robin. Nice. Die Schrauben sind erstmal in derselben Lobby. So, wo gehen wir hin? Egal. Aber wir müssen uns sehen, ne? Das ist das Problem. Wir sehen uns jetzt nicht. Wir sind beide im Tomatobacksteinhaus. Alles klar, alles klar. Du siehst meine Markierungen nicht, ist das Ding. Und ich sehe deine nicht. Das ist richtig doll. Ja, aber wir gehen in den Tomatobacksteinhaus, ne? Ja, in den Tomatobacksteinhaus. Ihr seid einfach solche Hacker. Was für Hacker? Es gibt voll viele Leute, die Solo zu zweit spielen. In Asien. Jetzt gewöhnen wir das. Darf ich das abziehen? Ich bin raus. Fabi, wir sind gerade noch in der Runde, ne? Was bist du? Ja, ja. Ich bin raus. Bei mir lebt das nicht. Ja, ja, ich bin auch raus. Was? Ne, das. Einmal. Ganz kurz, ja? Was bist du für ein Skin? Ich bin die Frau mit den schwarzen, länglichen Haaren, würde ich mal sagen. Ich bin jetzt, äh, ich bin die Frau mit den kurzen Haaren, mit schwarzen kurzen Haaren. Ja, bei mir ist so ein Zopf. Ich lange da. Kommst du auch da? Dann können wir. Ja. Ich bin jetzt, ich bin jetzt schon da. Ich bin auf dem Dach. Da bist du. Nein, 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 nein. Da bist du. Gut, gehst du von oben. Okay, ich geh von unten. Aber Julia, mach keine Scheiße mehr, weil wir können uns ja jetzt gegenseitig killen. Ja. Na gut, das konnte man früher in Einheit auch. Ich hab blaues, ich hab blaues M4. Blauer M4. Ich hab ne grüne Pisse. Ups, Entschuldigung. Du bist jetzt halt übrigens aufpassen. Es kann andere Leute geben, die euch dann melden. Äh, hast du noch irgendeine Waffe? Äh, ich schreibe es hier mit der Pisse rum. Paschen müssen wir ganz der Tomato gehen. Kommst du? Ja. Das bin ich. Äh, die Frage ist, wie erkennen wir uns... Was wir links schon? Nein, wie erkennen wir uns wieder? Der Back das hat. Schild dran. Hier ist ein Schildi. Willst du den? Nimm du, nimm du. Wie erkennen wir uns wieder? Keine Ahnung. Hä, wie? Sagst du einfach, ihr haltet die ganze Zeit die Blicke in der Hand. Also oben sieht ungelotet aus bei Haupthaus. 90%. 91. Der. Vor allem, wenn du rumspringst, dann ist mein Auto endlich. Aber Fabio, das ist doch eigentlich voll geil. Dann hätten wir auch... Äh... Hier war schon wer. Ja, ja, ja. Raus hier, raus hier, raus hier. Nicht da rein, oder? Ich bin schon weiter gegangen. Wo bist du? Hier links ist rum. Eine grüne Pampka, sehr gut. Wo bist du? Ich bin hier hinten bei der kleinen Hütte. Ich bin hinter. Ich bin jetzt bei der Tanke. Achso, ja, ja. Ich hab mir nicht hier. Ich bin hier gerade auf dem Dach, siehst du mich? Ja, ja, ich seh's. Was ist der Trieb noch auf dem Dach? Was ist denn das? Ich hab's jetzt mit Essentie, oder was? Blaue ist, oder? Ja, ich glaub, es ist ein Essentie. Die packt das rum, also es ist ja nicht immer normal. Schilddrang. Ich hab's 200 Leben dann. Ja. Hier ist noch eine Blauer M4, Julian. Ja, sehr gut. Im Container. Ich hab jetzt weiter Leben gegönnt. Da bist du, Mann. Hier in diesem roten Container ist noch eine grüne M4. Sehr gut. Wo sollen wir hin? Lass mal oben zur Brücke gehen. Julian, wenn wir die letzten beiden sind, dann kill ich dich, okay? Ja. Ja, ich bin jetzt jedenfalls drin. Ja, komm, willst du noch eine Runde Solo machen? Ja, ich soll das jetzt alles mal ein. Ich bin gerade noch beim Einloggen. Hier unten ist noch eine Truhe. Guck mal die mal an. Ich kann die nehmen. Ich hab die 5 Minuten, dann brauchen wir keinen extra Platz. Dann brauchen wir keinen extra Platz wegnehmen, weil ich hab 5. Dann gib mir den Slotty Minishieldis. Schiffel, Schiffel, Schiffel. Ich bin tot. Oh mein Gott, war das schlecht von mir. Das war so schlecht von mir. Bist du tot? Ja, das war so scheiße schlecht von mir. Ah, verkehrt. Nein, das war so schlecht von mir. Ja. Ja, das war gerade so schlecht von mir. Ey, wie stelle ich das ein? Nein. Einstellungen. Dann auf Spiel, Spielersuche Region. Dann muss ich dann auf Asien. Ja. Und dann lassen wir alle Brasilien gehen, da Lex nicht so hat. Brasilien, also jetzt? Ja. Jetzt Brasilien. Ich auch. Okay. Ja, warte. Warte, warte, warte. Nein, nein, nein. Ich bin noch nicht. Ja, ja, ganz recht. Julian sagt an. Drei. Zwei. Warte, ich bin noch nicht so weit. Okay, okay, okay. Warte. Warte, ich weiß nicht, ob das jetzt richtig ist. Warte. Du musst das mit Dreieck speichern, ne? Ja, ja, habe ich. Okay. Drei. Zwei. Eins. Drückt. Oben rechts muss bei euch BR stehen. So ganz dünn. Ja. Ich bin gerade in der Spielersuche, also noch in der Lobby. Ich bin gerade warten auf Server. Ja, ja, ja. Ich bin gerade warten auf Server. Ich bin auch warten auf Server. Okay, ja. Das sieht sehr gut aus. Das könnte es sein. Nein, warte. Ich sage euch, sobald ich in dem Ladeböckchen bin. Dreh den Server bei. Jetzt. Ja, ich bin da. Das könnte was werden. Dreh den Server bei. Dreh den Server bei. Dreh den Server bei bitte bitte bitte. Ja, ich bin jetzt auch drin. Bitte bitte, bitte. Der selbe Server. Ich bin jetzt in der Lobby. Ich auch. Ich noch nicht. Lieben ablässchen. Drei. 93. 94. 96. 96. Ja. Wir sind 97. 98. 99. 98. Ich gebe euch. Jetzt 10 Sekunden. 6. 7. 3. 2. 1. 0. Wir sind nicht im selben Server. Julian war wir, oder? Ja. Wo kommt bei euch der Bus her? Bei mir so bei... Plätzen Park bei uns. Ja. Wir sind nicht in der selben Lobby. Von oben links. Julian, wo sollen wir hin? Ich trinke Plätzen. Julian, wo sollen wir hin? Keine Ahnung, wo schlägst du vor? Mosty? Nee. Fatal. Was? Wohin? Fatal? Fatal. Fatal Field, jo. Das wird richtig schwer, uns da auseinanderzuschauen. Also einfach auf alles schießen, was nicht aussieht wie ein Mann mit schwarzen Haaren. Ich bin ein Mann mit blonden Haaren. Du bist der Harald. Mann mit blonden Haaren heißt Harald. Lass beide Haus gehen, oder? Einfach. Beide Haus? Okay, ja. Ich bin ein Mann mit blonden Haaren. Easy. Alleine im Plätzen Park. Hacker. Ah, da. Ja, ich sehe dich gut. Sehr gut. Bist du Mann mit schwarzen Haaren? Ja, da bist du ein Mann mit schwarzen Haaren. Ja, da bist du ein Mann. 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 Ja, da ist klar. Hast du schon mal gewonnen? Du bei mir leckst halt übelst. Bei mir auch, immer noch. Aber es geht mittlerweile schon. Hast du eine Waffe? Ich habe gerade nur eine Pumgarn. Ja, ich habe was für dich. Neues Lagerfeuer. Was hast du denn? Schallgedämpfte. Normale. Ah, eine Schallgedämpfte für dich. Ich habe Minischilde. Ja, Minischilde brauche ich. Ich auch. Ja, dann gib mir einfach ein oder so. Wo bist du denn? Gerade oben? Da, da Mann. Na jetzt warte, ich nehme eben selber welche. Jo. Hallo? Ähm. Absetzen habe ich. Wenn ich dich jetzt erst so abschieße, dann bist du tot. Also wo kommt der tot? Ja, ich weiß, ich dich auch. Ja. Soll ich? Nein. Der. Okay. So macht man die Kills heute. Wie viele Kills hast du? Ich? Ja. 0. Ich bin Plässenpark alleine. Wie soll ich da Kills machen? Oh schon, wer? Oh. Alleine? Was? Tja, Schüsse. Komm, wo bist du hin? Nicht, dass ich dich gleich abschließt. Bist du das? Bist du das hier? Ich bin das hier. Äh. 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 Scheune, ja. Äh. Ich bin hier. Aber nicht die rote, die andere, die andere. Ja, ich geh hier ganz kurz in das kleine Gebäude hier. Hier war schon wer. Okay. Höchste Vorsicht geboten. Hier in der Scheune war noch keiner. Ich seh ihn. Robin? Ja. Kommst du bitte kurz? Jo. Wo bist du denn? Hier hinten hinterm. Der der Scheune. Äh, der der, der kleine Auto. Pass auf, da seitens ist irgendwo wer. Ach, hier bist du? Ja, ja. Komm mal, komm mal mit. Ich zeig mal auf Hand, ich weiß nicht, ob er hier irgendwo im Auto ist. Das Server leckt übelst. Vielleicht gehen wir mal Indien oder China oder so. Okay, ich bin da nicht alleine. Ich seh ihn nicht. Ich seh ihn nicht. Oh, erst mal hier die Teller ab. Da, 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 im Haus immer. In der Scheune. Oh, komm, 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 komm. Den holen wir uns, den holen wir uns. Der, 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 der. Ja, ich hab ihn. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Ich hab ihn hätte dran getrückt. Ah, ne, das war dein Kill, ne? Ja, ich hab ihn hätte dran getrückt vom Fenster aus. Alter, das wär mein Kill gewesen. Erster Künstler. Digga, ich hab das keinen Bock, das zu stürzen. Ich hab den Typen 230er Headshot gegeben mit Schild. Schildrank. Nimm ich mal mit auf Gewerbe. Ich hab 175 gelegen. Wo bist du? Jensen, im Wald. Ich komm nicht wieder raus. Ich hab's gerade gesehen. Ich geh hier zu der kleineren Scheune. Hier, guck mal. Ah, ja, 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 ja. Ja, geil. Das haben wir noch mal in die rote Scheune. Hier ist noch nicht praktisch. Ja, die nehm ich. Moni eben mitten. Jetzt kann er da. Rote Scheune kommen wir ja noch mal in die rote Scheune. Brauchst du ein Schildrank? Ich hab 69 Schild. Okay, ja. Gut, ich bin jetzt in der Scheune drin. Wo bist du? Wo bist du? Hier in der Scheune. Da hinten ist wer, da hinten ist wer. Ich hab ihn, ich hab einen gesehen. Wo? In S, in S.O. Der kommt auf und zu. Der kommt auf und zu. Da hinten. Da, 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 dahinter. Da, dahinter. Da, dahinter. Da, dahinter. Da, dahinter. Der schießt auf uns. Nein, der hat mich getroffen. Fuck, nein, nein, nein. Töte mich nicht. Töte mich doch nicht. Bist du tot? Nein, nein, nein. Ich bin richtig low. Ich auch. Nein, 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 nein. Nein, ich bin laut. Ich bin tot. Ich bin tot. Ja, Robin, mach mal jetzt auf Nordamerika. Bist du? Ich geh in der Lobby. Ja, ich komm mal hin. Komm, lass jetzt nur einmal zusammenspielen, oder? Team. Ja, komm. Julia, kommst du? Zu tot. So. Ich schick nochmal Einladung. Ja, ich lad euch ein. Julia, wir machen jetzt Team, ja? Okay. Auch einmal gucken, ob wir online kommen. Fabio, lass äh, Titel Towers, oder? Ja. Titel Towers? Ich würde auch füllen, ja, ne. Ja, Julian, da ist noch voll Bock. Ich gebe dir übelste Platzangst, so zu sagen. Julian, im Titel Towers, ne, waren wir gestern, Fabio und ich, mit äh, mit zwei anderen Mates, die waren richtig geil, die Mates, haben ganz äh, Titel Towers am Ende gehabt. Weil wir alle gekillt haben, oder? Ja, ich hatte sie, ich hatte sieben Kills am Ende der Runde. Das war so heftig. Ich hab gerade so, wie du gegen Squat die im Kills. Oder acht sogar, glaube ich. Ja, acht hast du gesagt. Ich bin eigentlich am Stream. Julia? Hm? Ich bin am Stream. Ja, ich bin am Stream. Streams, wie keiner guckt. So, wo springen wir? 70 Abonnenten, nehmen wir hin. Titel, 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 Titel. Kommt irgendwer auf einer Mates mit? Der denkt wahrscheinlich auch, dass er selbstmord ist. Nein, das gewinnt wie easy. Ey, lass alle, alle drei in ein Haus, ne? Ein, oder, beziehungsweise in einen in den Hochhaus. Ich geh zu der Uhr. Ich bin nicht raus. Du spinnest raus? Julian springt! Ja, Julian geht oben auf die Uhr. Ich geh unten an das Gebäude an der Uhr. Ach so, also du zu diesen Tower? Ja, zu diesem Backstein Haus, was da direkt neben der Uhr ist. Hinter der Uhr quasi von uns aus. auf den backsteingebäude von euch ist was ja 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 ich habe ich habe ich habe eine shot gar nicht hatte ich hatte fast gesagt leute liegen verbänder auf dem bett hier liegen verbänder auf dem bett dekker das ist ein zufall und sniper juni stunde wer ich habe die ich bin auch auf frage fänden raden auf okay kann ich nicht gut ich bin auch noch auf brasilien wir spielen auf brasilien server ja kann sein ich bin ich auch noch ach hier bist du drin ich kann das nicht auch sein das kotitel nie europa spielt dann immer brasilien ich bin dabei ist möglich bist du ja ich bin da jetzt machst du gerade eine wand abgebaut weil ich heute mit der natur der ließ unten im parkhaus ja ja dann ist hier braucht brauchst du ja brauchst du ja ich brauche ich brauche mir nicht schild nach fabio hast du ich habe extrem geilen mut ist das sehen also grünen stummelwerk grüne bankern und clausen habe ich habe hier immer zu unserem mail gleich geht natürlich noch ihr sicher der maschine ich habe blaue börst nicht eine blaue börse eine ganz normale börse war da und gerade mail ding ins anja sagt mir das war kriegen glaube ich oder ja wo ist er wieder zu tun wo sagt mir ich bin ich bin draußen da direkt vor uns gegner ja scheiße ich habe nichts zu bauen jungen ist krank ob du machst du bist ein bisschen überkrankt ja was soll ich da machen das könnte locker cool titel sein der titan hat ein bei der klingel bitte ich glaube aber dass ich die faste wach wie ich in der messe ja ich glaube er ist das was ich habe sofort eine waffe dann hat man hat ja man hat ja man hat die scheiße ist es hat nicht gereicht mich aufzunehmen der macht jetzt bei mir wird eng bei dir auch fabio ja kann gut sein er ist jetzt heilen ja er halt mich dann soll er mich gleich mitteilen die kommt erhältst du mich eben dann hält den mail nein ich muss mir zahlen ich kann mich eben ich kann mich eben schon gehen unten ist der typ leute und er hat ihn nice alter wie haben wir das denn überlebt es sind auch welche da ich habe das in die party an das geht ja nicht ich habe ich habe zu geworfen Komm runter, fahr mir runter. Der Typ ist einfach nur... Ich muss mich eben heilen. Er... Das war für ihn. Das war für ihn, ja. Er hat ihn. Das ist nicht dein Ernst. Der Typ hat alles! Dann habe ich einenRock. Fetzet-Titran-XX Tutte, Tutte... ��� man mir einen Carder zählt? Ich bin die Typen einfach, ne? Okay, der Typ ist auf jeden Fall richtig, der sucht die. Fabio, guckst du noch zu? Ja, ihr guckt beide noch zu. Ich folge ihm jetzt hier einfach mal. Der war halt direkt hinterm. Auf dem Haus, auf dem Haus. Da ist noch ein Quatser Ritter, da hat ein Quatser Ritter! Der Typ ist krank. Unten, unten, unten. Unten. Wo denn unten? Alter, Alter, Alter. Der hackt, der hackt. Ey, der ist voll geil. Wieso sind wir schon tot, ey. Da lagen zwar Mini-Schilde, aber gut. Hälfte mild. Hälfte mild. Hälfte mild. Es tot! Komm, den machst du, den machst du. 9! 3. Jetzt stellen wir aber mal wieder auf Europa, ne? Ja, okay. Der Typ hackt mehr, als was man überhaupt hacken kann. Okay, los, die Röer, wir spielen laufen, super. Okay, mach mal wieder. Und zwar übrigens Notam... Und zwar übrigens Notam... Und zwar übrigens Notam... Ne, dann ist weiter Team, oder? Naja, wir machen weiter Team. Ey, das war übrigens Nordamerika und nicht Brasilien. Robin, du bist doch bereit. Doch, wir haben äh... Brasilien. Ich hätte zumindest Brasilien. Ja, aber ich bin ja der Besitzer der Partie... Der Partie, und ich hab ja schon auch äh... nordamerika gemacht gegenüber haben wir auf nordamerika gerade gespielt ja jetzt oh mein gott mir oder was ich habe mir irgendwo in england sony tubo gesehen der hieß titan xx titan dann haben wir mit dem gerade gespielt xx titan xx ich glaube den namen habe ich auch schon mal irgendwo gehört genau ist er dass ich gucke mal auf der hier folge an der hier ist es nicht ist es der ja okay ja unsere mail kommt auch die abos hat er ich weiß nicht ich muss mal ein bisschen durchgucken ob ich hier wirklich um oder weil wie du kommst dann schon vom weg ab ich bin ich ich bin also ich versuche nicht er geht ins haus und julia du sagst ich wollte hier unten zu der hütte das war gewollt ja ich glaube wir sind alleine das heißt ich gehe zu hause ich gehe auch ins haus oder die scheune wird es aus mir rote ich habe hier eine rote scheine ja wir sind halt alleine ich bin mit dem keks wer wollte noch nicht mit dem keks ich gehe zum baum ich habe mir nicht schulde für einen von euch ich habe boi granate mini schilder habe ich schon getackt ich habe gar nichts aber von der blauen so ich versuche es mal komplett so rasieren wieder tiefer ist einer schüsse kann sie kommen ich habe ich daraufhin gibt er einfach eine salve ab hier könnt ihr kobe kordi sagen klar wobei was ist ja bei mir liegt eine mini schild tragen falls einer braucht bei mir liegt auch noch einer ob in ja ich komme mal zu dir julian ja ich kann nicht mitnehmen der muss ein bus ich hab dir so viel waffen grünen sturmgewerb los will wenn du hast kommt drauf an welch farbe grau das hat sich nach den dingen ja hier ich habe man möchte das wird der richtiger seiner job dann habe ich jetzt auch 50 schild der ist dafür jetzt in verschwendung glaube ich leute ja ich mache jetzt auch auf 1 auf teil ich habe ähnliche schrotze und zwei pang ganz vorhin einer auf den typen gerade das ist eine epische schrotze ja ich habe jetzt das neuer und hier liegt man schild dran für einen von euch ja ich werde sagen will die gruppe war das ist die die vorstellung an sind die sie noch schon seitdem ob es auch den schild haben ja die haben ja von mir aus die schilder mit der bau steuerung die euch da hinten im haus gebaut also in diesem leute wie schießt man mit der bau steuerung schießen der einsteuerung der schießt nein der spielst nein nein kann mich antun hallo was hast du geworfen eine graue wenn wir eine punkte haben wenn wir eine punkte haben ich habe schon eine grüne schroth ich habe die blaue schroth ich könnte ein bisschen schroten moni gleich vertragen ich habe nur 13 schuss ich habe auch 13 schuss ja nice blaue eier kann ich die grüne dann weil ich habe noch eine graue ja kannst du gerne gönnen muss es zu mir kommen wir haben wird der schilder gibt den jahren ich nehme mit sich was jetzt den schliff hier oder bin hier bin ich bin hier hier mit und dann muss wahrscheinlich so wohl wir sind direkt da ich brauche ein paar materialien auf unser mädchen ist ja auch hier wollen wir doch zum mädchen zum mädchen ist gar nichts da kann man nicht hin wo war denn hin wir teilen uns gerade auf lassen wir ein cookie hinterher den ein cookie okay der geht der will doch zu tomato da kommt ja da markiert sind ich sage ich ja damit wir uns mal nicht aufteilen hier tun wir uns für die cookie für die cakes herr fabel ist jonas jetzt bei dir ja ich dachte er muss zur logopädie ne der ist fertig mit logo ich weiß nicht ob das gelootet ist ja komm geh mal hin ich folge dir jula geh du mit cookie in tomato ja wir kommen gleich die sache ist wir müssen das ganz schnell looten weil das ist außerhalb der zone mhm das schafft sie nicht leute das ist nicht gelootet die du gehst du in den Bunker aus bitte ja allerdings der Bunker ist noch zu die von der Beine bei uns guck mich mal bitte für meine Hütte wird ich hab schon gar moni gefunden guck mal oben übrigens auch er Leute, ich bin Tunnel, falls ich sterbe. Und die aus dem Tunnel raus, Robin, wir müssen. Ja, ich muss eben noch die Tour looten. Ihr müsst, ihr müsst los, ihr müsst los, ihr verreckt sonst. Ja, ich hab Heilung, ich hab Heilung. Bau dich raus, bau dich raus. Ja, warte, das backt gerade. Ich kann die Verbände nicht aufnehmen. Ist ja egal, ich hab die Verbände. Ja, ich bau mich jetzt raus. War nicht viel, aber ich hab welche. War hier eigentlich Tomate schon gelootet? Nein. Boah, fuck, Alter, bei mir ist es richtig eng. Wir können auf dem Berg. War einer von euch im Haupthaus und in der Tomatenhütte? Ja. Hier oben hat einfach einer eine Legendary Star umliegen lassen. Wo? Nice. Hier oben, auf dieser kleinsten Hütte liegt jetzt so blauer Herr. Robin, willst du? Liegt hier. Ja, nehm ich. Der ist gar nice. Guck ich schon auf Apern. Guck ich. Ihr soll mal warten, Alter. Ja, ja, warte. Der Tritt, wo seid ihr? Geht ihr denn hin? Geht ihr durch den Tunnel? Ja. Guck ich, wartet. Ja, warte, du auch mal. Fabio. Ihr habt den Geheimgang ja noch gar nicht aufgebaut. Doch, doch. Da war keine Truhe. Oh, gar keine. Alter. Nein, ich weiß nicht, Monikiste. Hat einer von euch die Sniper? Nö. Dann bin ich der Einzige. Was heißt das? Wir müssen Leute kriegen. Was hast du denn für Waffen, Fabio? Eine Legendary Scar, eine grüne Schrot und ein blaues Sniper. Ich habe eine blaue M4, eine blaue Schotty, eine blaue Revolver, eine blaue Vogue. Dann lass doch einfach so machen, ich und Cookie pushen und ihr beide. Und wir ballern von hinten drauf. Warte mal kurz. Ja. Imogen, ne? Ja, Monik. Komm gleich. Was war jetzt der Plan? So, 120. Was ist da? Sind Gegner. Die sind noch so wie 200 Meter weg. Dabei, er hat sich bei, wer gebaut, ne? Bei dem Containern. Ja, das ist schon länger, ne? Also Leute, könnt ihr mal warten. Der Typ hat eine epische, der Typ hat eine epische Entdeckte. Können wir mal warten. Der Typ hat eine epische Entdeckte. Da drin liegt noch was episches in der Festung. Bitte Skala, nämlich die hätten die Sniper gegeben. Ja, er hat eine epische Sniper bekommen. Kann mir wer bitte Muni geben? Wofür? Sniper. Ja, komm her. Ich traf hier draußen, beim Container. Hier. Rälbschuss sollten reichen. Wir verschillten die Skala einsammeln. Die irgendwo hoffentlich rumliegt. Hier ist schon looted. Kommt vergessen. Er ist allgemein gelutet. Ey, dann lass jetzt alles abbauen, oder? Nein, wir müssen in die Zone. Ich bin nur gut, die Europäer hätten an die Beine. Irgendwer für euch hat den Stream von Julian an. Den was? Ich nicht. Den Fall, ich habe mich doppelt. Das ist wegen Julian, das ist immer so. Irgendwas ist mit Julian ins Headset. Ah, keine Ahnung. Lol. Ja, der Cookie, der will hier lang. Kommt der auch hier lang? Sniper aus Salty. Cookie, der ist in die Falle gelaufen. Oh. Reiner Medik-Pack? Nein, er wurde gerade im Sniper-System. Er macht schon. Entweder er wurde im Sniper-System. Entweder er wurde im Sniper-System oder er ist in die Falle gelaufen. Nein, nein, er wurde im Sniper-System. Nein, nein, er wurde im Sniper-System. Nein, nein, er wurde im Sniper-System. Da ist hier oben ein episches Gar-Liegen. Wo? Sniper hinter mir. Auf euch? Auf mich, ja. Das ist doch meine Lebensanzeige, Alter. Ich habe eine epische halbautomatische Sniper, falls wer will. Hier bin ich einer, Robin. Was? Willst du bei mir? Ja, von mir aus. Irgendwas halbautomatische. Ja. Hey, warte, Fabian, hast du gerade noch das Gar gefunden? Nee, das war dann noch eine halbeautomatische Sniper. Weil ich sah halt von unten so aus wie das Gar. Von wo hast du nichts geschnallt? Von hinter uns, von Richtung N. Oh, ein B auf dem Bergkopf. Oder was? Entweder beim Berg ungefähr oder Baum, ich weiß nicht genau. Ich glaube, wir sind hier nicht in der Zone. Wird knapp. Weil ich könnte das schon passen bei uns, glaube ich nicht. In der Zone ist ein bisschen gebautes. Aber da sind die nicht drin. Soll ich mal fallen wieder? Schau, was machst du? Ich bin da vorne in der Zone. Der Typ hat irgendwo hingesnabt. Ich sehe es, ich sehe es. Ich sehe es. Ich sehe es. Ich auch, ich auch, ich auch. Da oben auf dem Berg. Fast ein Headshot. Kurz? Äh, NW. 300. Ja, ich sehe es. Nein. Nein, Mann. Nein, Mann. Junge, das sind die. Wir werden es nicht. Von noch woanders. Die werden auch noch von woanders besessen. Wir werden auch noch von woanders besessen. Robin, lass mal ganz was zu. Ein 285. Robin, komm her. Da unten. 285. Kommt mir. Ich laufe den Berg hoch. Ja, ja, ja. Und ich werde noch von vorne. Nein, Julian. Ach, Mann. Komm hoch. Ich bearbeite kurz. Bearbeite mal. Hab ich schon. Komm mal hoch. Robin. Ja. Fuck, Mann. Nein, komm ich hoch. Nein, bei dir? Nein, warte mal. Ich muss hier raus, Robin. Ja. Robin, willkommen zu dir. Joa, bitte nicht in meine Festung. Baut euch einen eigenen Turm, ne? Ah, fast am Head-Up. Am Kopf vorbei. Warte mal, er wollte da gerade irgendwo kämpfen, hab ich gerade das Gefühl gehabt. Good job. Oh, links von uns. Bei 210 haben die eine riesige Festung auf dem Haus gebaut. Links von uns? Robin, die können uns hier treffen, ne? Wo? 210. Das ist heute Springs. Siehst du das nicht? Fuck, ja, doch, ich seh's. Fuck, okay, ja. Ich werde da mal zubauen. Mit Fenster. Ja, ich hab keine Materialien, das ist Ding. Wir bauen hier ein bisschen was ab. Ja, nee, ich schnade dir jetzt da oben erst. Okay, er hat Materialien hier. Ah, Green hatte dieselbe Idee. Ja, der Typ ist da oben, das wird die Modus. Aber das ist halt, wir werden es halt. Oh. Die, die da oben haben richtig gelitten gerade, die werden von allen Seiten ein bisschen halt. Das ist echt so. Die werden gepurcht, die werden gepurcht, Leute. Ja, ich hab einen runtergeschossen. Ich schnall auf dem rein. Oh, ich hab einen richtig hart gegeben. Einer ist low, einer slow. Guck, ihr habt einen. Ja, die sind alle tot. Ja, guck, ihr habt einen. Geil. Aber die wurden auch noch von woanders geschnallt. Ja, die haben gepusht links. Wieder links neben uns, die wurden auch von dem angegriffen. In 214, in welchen, ne? 210 da. Und da oben auf dem Berg, seine Schuhe. Ja, ich. 225. Ah, ja, ja. Ja, da sind auch noch welche, da wurde gerade was Neues drin gebaut. Ja, ja, ja. Was können wir jetzt, die Tümer hat, wer hat noch Snipermoni für mich? Ich hab 12. Ich hab 4. Ja, ich hab 4. Oh, oben auf dem Berg ist noch wer. 2 Geiles. Guck, ihr habt einen. Guck, ihr habt einen. Ich gucke noch hier. Ja, nein, der hat einen, äh, den Rest gegeben. Es war nicht so ein Kill. Alter, Leute, 15 leben noch. Minus 4. Cookie hat einen und. Ja, guck, ihr habt einen, sonst haben wir keinen Kill. Da oben liegen noch, da oben sind jetzt noch zwei Leute. Einen hat Cookie gerade gefinisht. Links sind noch zwei Leute. Zumindest zwei, zwei, zwei gesehen. Äh, zwei, 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 zwei. Ne, ich kann nichts abgeben. Wie viel hast du noch? Leute, wir müssen halt in die Zone, ne? Wie viel hast du, Krin? Leute, wir müssen in die Zone. Jo, Tchirmer. Aber die da oben auch. Wollen wir auf den Berg? Ne. Du so, Jo, Tchirmer. Der Typ ist relativ sauer, ey, Leute, der Typ ist sauer. Ja, ich geh los. Cookie? Ja, der Typ ist sauer. Warum? Ja, der Typ ist sauer. Ich weiß nicht wieso. Wahrscheinlich war der nicht reingehängt. Ey, wie kann man das denn jetzt hier so bearbeiten? Oh Gott, Launcher, Mainz. Leute, wieso gehen wir jetzt hier auf den Berg? Ich weiß nicht. Der Typ ist halt schon wieder irgendwie. Seiten wurde was gebaut. Somit ist hier alles ein Bad Board. Cookie, komm hoch! Wenn ich irgendwie mit dem Rocket Launch abballern soll, sagt du Bescheid. Cookie, heiß dich da oben an. Habt ihr Raketen, Moni? Nein, Junge, äh. Bei 300. Bei 300. Bei 300. Hämmer da mal einen rein. Hämmer da mal einen rein. Ja, warte, der ja unten läuft gerade einer am Stein. Ich geh noch mal in den. Oh, aus dem Turm bei 300. Hast du den geschossen? Ja, die Rakete hab ich geschossen, ja. Hier unten ist direkt einer bei mir. Nein! Hab den einen Hit gegeben. Ah, Fug, ich hab mich selber gestrengt. Kann einer zu mir kommen, mich hochholen? Schnell, schnell, bitte. Hab den einen Team mit Händen gegeben, der Typ ist tot. Oh Gott, ich schnell, bitte. Einer muss runterkommen. Komm mal, baum ich ein. Einer, einer. Ohne, einer am Stein. Der wurde gefinisht, der wurde gefinisht. Den, der, 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 der hat mich geholt. Warte mal. Ich komm, ich komm, ich komm mal. Ich hab nur keine Materialien zum einen. Ich hab keine Materialien. Heb mich auf, heb mich auf. Ja, mach, mach, mach. Gut, Leute, ich hab's auch nicht drauf. Ich hab mich einfach selber mit dem Rocket Launcher gedauert. Wie dumm muss ich sein, ey. Hast du was zum Heilen? Ja, fünf Vontagen. Okay. Warte, ich hab den Typen gerade ein Headshot gegeben, nur damit du schon mal weißt. Der eine Typ ist da. Ich hab mir immer noch mal eine Röhre auf den Launcher rein. Er hat mir Sleipert das Jahr gegeben. Er hat mir Sleipert gegeben. Scheiße. Also ich hab noch eine Rakete. Moelmy, hast du was zum Heilen? Da kommt eine Rakete, ja. Der kommt, der kommt, der kommt, der kommt, der kommt. Er kommt, der kommt. Der eine Typ kommt. Wo denn? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall hab ich ihn einfach nur zu uns laufen sehen. Da, ja, da. Der bohrt nicht da, der bohrt nicht da. Ich kann aber nichts machen. Ich bin zu ohne, Leute. Der Typ wird, glaub ich, geholt. Ich hab einen Hit. Zwei Hits. Ein Hit. Ich hab noch einen Hit. Die sind alle richtig low. Ich hab auch einen Hit. Ja, ich hab einen niedergestreckt. Ich hab einen niedergestreckt. Ja, ich auch. Ja, ich hab einen gekillt. Juhu. Wir haben das ganze Team auseinandergenommen. Findest du die da? Ich würde uns gleich verlegt. Oben auf Merk, über euch, über euch. Guck dir, pass auf. Oben auf Merk bei euch. Ich bin down. Oben auf Merk bei euch, Leute. Da ist nichts zum Hallen. Ich bin down. Ich glaube, die sind nur drauf. Über euch, Leute. Nein, 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 nein. Scheiße. Cookie ist weg. Das war's mit der Runde. Ich halte dich eben. Also, du bist gar nicht da. Cookie ist weg. Ja, ist halt echt so. guck ist guck ist auch ein richtiger sucht jetzt dass sie ich nach dieser runde aus oder hier noch ein und dann noch hier noch eine runde damals aus wo kommt der typen her er die tübe ist oh mein gott der typ ist spanier und sie reden holen die sparen ja also ein bisschen englisch reden kann er nicht sagen kommen wir mal her herr cookie er hat mich angenommen ja ich habe meine freundes anfragen angenommen vielleicht ist er jetzt mal kommt oh mein gott der cookie kommen Please, komm Cookie.